Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zu einem völlig besonderen Video. Wie Sie sehen, mitten im Nichts, in private Klamotte, mit Handy aufgenommen, ohne Mikrofon, ohne irgendwas. Also wenn der Ton nicht so gut sein sollte, fängt es daran, dass ich das Video ganz spontan gemacht habe. Und der Grund für das spontane Video ist, wir sind für einen Preis nominiert. Den sogenannten DIGAMUS Award, das ist ein Award, DIGAMUS Award. Ein Preis, der die Bemühungen der Museen bei der digitalen Wissensvermittlung im Netz prämiert, unterstützt, prämiert, bekannter machen soll, fördern soll. Und wir sind dafür eine Kategorie nominiert, wo es eine Jury geben wird. Aber es gibt auch ein Publikums Award und da zählen einfach nur Stimmen. Je mehr Stimmen, desto besser. Also würden wir Sie bitten, wenn Sie cool finden, was das Panzermuseum bei YouTube macht und was, vermutlich tun Sie das einigermaßen, denn sonst wären Sie ja gerade nicht hier, dass Sie auf die Seite gehen und für uns dort einmal abstimmen. Den Link dahin werde ich unten eingeben in den Text. Ich kann wirklich nur vom Video hochladen. Das heißt, es wird keinen Schnitt und keine coole Einblendung geben, sondern unter der Überschrift sehen Sie den Link. Und dort können Sie für uns abstimmen. Relativ formlos. Man schreibt einfach nur rein, welches Museum man fördern will. Die Liste ist da auf der Seite. Sie schreiben es einfach rein, schicken es ab und unsere Stimme oder Ihre Stimme für uns, so muss es richtig heißen, wird gevotet. Das finden wir ganz großartig. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich, wie gesagt, mitten im Urlaub dieses Video kurz für Sie gemacht und würde mich freuen, wenn Sie Ihre Stimme für uns abgeben würden. Vielen, vielen Dank.